In diesem kurzen Video möchte ich dir zeigen, wie du mit Microsoft Edge schnell einen Link in einen QR-Code verwandeln kannst. Ich habe hier mein Erklärvideo zum Thema Boxplot auf YouTube geöffnet. Nun möchte ich vielleicht meinen Schülerinnen und Schülern dieses Video zugänglich machen. Dazu könnte ich Ihnen diesen Link beispielsweise in eine Lernplattform kopieren. Manchmal ist es aber einfacher, einen Link in einen QR-Code zu verwandeln. Nutzt du Microsoft Edge, brauchst du dazu gar kein externes Tool. Klickst du in die Adresszeile, erscheinen auf der rechten Seite verschiedene Symbole. Dieses Symbol hier dient dazu, diesen Link nun als QR-Code zu generieren. Klickst du darauf, wird dir schon der QR-Code angezeigt, darunter findest du die Webadresse. Mit einem Klick auf Herunterladen wird dieser QR-Code nun heruntergeladen und du kannst ihn beispielsweise auf einem analogen Arbeitsblatt verwenden. Klickst du hier in die Zeile mit der Adresse und schreibst eine andere Adresse in dieses Feld, zum Beispiel mathematik.rocks, wird der QR-Code in Echtzeit angepasst und dieser QR-Code würde nun zu meiner Webseite mathematik.rocks führen. Manchmal sind die Links allerdings zu lang, um sie mit Edge direkt kürzen zu können. Hier siehst du beispielsweise einen Freigabelink zu einem Trailer für einen meiner Escape Rooms. Klicke hier auf das QR-Code-Symbol, bekommst du die Meldung, verwenden Sie 250 oder weniger Zeichen. Diesen Link kannst du mit Edge also nicht in einen QR-Code verwandeln. Hier behelfe ich mir gerne, indem ich die Webadresse kopiere und auf der Webseite t1p.de unter Ihr Link einfüge. Klicke ich nun auf Link kürzen, würde ich einen zufallsgenerierten Kurzlink erhalten. Hier kann ich bei t1p allerdings noch eine Wunsch-URL angeben, zum Beispiel escape-Stangel. Dann überprüfe ich die Verfügbarkeit, diese Kurz-URL ist noch verfügbar und mit einem Klick auf Link kürzen, ist dieser Link nun gekürzt und der lange Link ist nun erreichbar unter t1p.de slash escape-Stangel. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video zeigen, wie einfach es ist, Webadressen mit Microsoft Edge direkt in einen QR-Code zu verwandeln.